Was ist der 1. FC Köln? Auch jetzt vorhat am Samstag im Stadion, morgen gibt es auf jeden Fall ein Spiel gegen Ingolstadt, den Trauerflor am Samstag im Stadion, wird es einen Ehrenapplaus geben. Und diesen Ehrenapplaus wollen wir Ihnen heute hier auch letztendlich geben. Ich bitte euch einfach, Ihnen die Ehre zu erweisen. Applaus 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 Applaus